Der Krieg in Syrien dauert nun schon mehr als vier Jahre an. Neueste Statistiken sprechen von 230.000 syrischen Todesopfern. Die Zahl der Verletzten dürfte Schätzungen zufolge mindestens fünfmal so hoch sein. Das syrische Volk ist auf der Flucht. Mehr als vier Millionen Syrer haben es bereits über die Grenze in ein Nachbarland geschafft. 7,6 Millionen Syrer suchen immer noch im eigenen Land Schutz vor der Gewalt und fliehen von Ort zu Ort. Nur die wenigsten Vertriebenen finden Zuflucht in einem Lager eines benachbarten Landes. In Jordanien leben gerade einmal 16 Prozent aller syrischen Flüchtlinge in offiziellen Camps. Der Rest, mehr als eine halbe Million Menschen, muss sich auf eigene Faust ein Dach über den Kopf suchen. Und das bei einem durchschnittlichen Tagesbudget von 3 Euro. So erschreckend die vielen weißen Zelte in Flüchtlingscamps wie Zartari hier in der Hüste Jordaniens wirken, von der Not und Verzweiflung der Vertriebenen erzählen sie nur wenig. Syrische Flüchtlingskinder beschreiben Helfern von World Vision, was wirklich in ihnen vorgeht. Zuflucht 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 Was ist die ganze Zeit? Wir sind hier. Wir waren hier nicht so wie wir haben. Wir waren mit unseren Eltern und wir leben mit unseren Eltern. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier nicht so weit. Wir sind hier am meisten von Surya und Surya. Wir sind hier nicht so weit. Als wir hierher kamen, haben wir die Gefühle und die Gefühle und die Lebenswelt geschehen. Alles hat sich verändert. Das ist alles, was wir hierher kommen. Was ist die Arbeit? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wie sie den Kindern aus Syrien helfen können. Mit ihrer Spende unterstützt der Stern OrientHelfer e.V. bei der Finanzierung von Prothesen und Operationen sowie Unterricht für Flüchtlinge.